Moin Freunde, Dividenden machen Spaß. Wenn sie steuerfrei wären, wäre der Spaß gleich noch größer. Glücklicherweise gibt es da in Deutschland den einen oder anderen Spezialfall und den schauen wir uns in diesem Video einmal näher zusammen an. Wie immer gilt, das ist keine Form der Anlageberatung, diesmal auch keine Form der Steuerberatung, sondern nur meine eigene Meinung und Abfahrt. Ja, Fall 1 ist natürlich so ein relativ besonderer Fall. Weil 2009 wurde die Abgeltungssteuer eingeführt und wer schon vor 2009 die Aktien im Depot hatte, bei dem sind Dividenden tatsächlich steuerfrei und auch eventuelle Gewinne, wenn er die Aktien mal verkauft. Nun habe ich leider keine Zeitmaschine. Wenn du eine hast, lad mich gerne ein, wir kaufen zusammen Aktien. Ist natürlich ein Fall nur für sehr langfristige Anleger an der Stelle interessant oder wenn du vielleicht die eine oder andere Aktie geerbt hast. Fall 2, naja, da sind die Dividenden eigentlich nicht richtig steuerfrei. Wenn du natürlich deinen Freibetrag von 1000 Euro nicht ausgeschöpft hast, dann wären sie auch steuerfrei. Aber Fall 2, gut, darüber weißt du eh Bescheid, insofern überspringen wir den. Und dann gibt es den dritten Fall und hier sind die Dividenden tatsächlich steuerfrei. Wie funktioniert das? Normalerweise schütten Unternehmen die Dividenden aus Gewinnen aus ihrem Kerngeschäft aus. Nun gibt es einige Sonderfälle, wo Unternehmen da nicht auf die Gewinne zurückgreifen. Sondern auf eine spezielle Form des Eigenkapitals und zwar auf Rücklagen oder beispielsweise auf das steuerliche Einlagenkonto. Und an der Stelle sind die Dividenden, Betonung auf Dividenden, tatsächlich steuerfrei. Schauen wir uns mal den Fall näher an und dabei zeige ich dir auch gleich den Haken. Nehmen wir mal an Aktie 1. Ich habe sie zum Kurs von 20 Euro gekauft und bekomme dann eine Dividende von brutto 5 Euro. Bei dieser Aktie muss ich die Dividenden normal versteuern, erhalte also 3,69 Euro. Kirchensteuer habe ich jetzt hier an der Stelle mal nicht mit eingerechnet, beziehungsweise nicht betrachtet. Dann verkaufe ich die Aktie ein bisschen später für 25 Euro, habe dann einen Bruttogewinn von 5 Euro, den ich natürlich auch wieder versteuern muss. Und habe insgesamt 2,62 Euro Steuern bezahlt. Das ist der klassische Fall, den kennen wir alle. Nun gibt es Aktie 2. Bei Aktie 2 ist die Dividende steuerfrei. Ich habe hier einen Kaufkurs von 20 Euro wieder und habe eine Dividende von 5 Euro. Brutto und Netto ist hier das Gleiche. Und nun passiert etwas relativ Spannendes. Und zwar wird diese Dividende verrechnet. Und zwar wird die insofern verrechnet, als dass der Kaufkurs, den ich hatte, steuerlich runtergerechnet wird. Und zwar genau um den Betrag von der Dividende. Das heißt, mein Einstiegskurs ist eigentlich 15 Euro. Wenn ich diese Aktie nun verkaufe, ist mein Verkaufskurs wieder 25 Euro. Das heißt, auch hier habe ich einen Bruttogewinn von 10 Euro, kriege aber nur einen Nettogewinn von 7,38 Euro. Das heißt, auch hier sind die Steuern 2,62 Euro. Ja, was wir jetzt gesehen haben, letztendlich kommt es aufs Gleiche raus. Die Dividende ist zwar erstmal nicht steuerpflichtig, aber wenn ich die Aktie verkaufe, dann holt mich die Steuer wieder ein. Deswegen habe ich eine Art Steuerstundung. Es wird auf einen späteren Zeitpunkt quasi auf den Zeitpunkt des Verkaufs hinausgezögert. Das Ganze hat natürlich dann Vorurteile. Gerade wenn ich eine Aktie langfristig halten will, dann bekomme ich eben die Dividende zu 100% ausgezahlt und kann deutlich effektiver reinvestieren und schneller mein Vermögen aufbauen. Ich werde dazu am Ende nochmal was sagen, wo ich Vor- und Nachteile sehe. Jetzt gucken wir erstmal, wo ich 2023 auch steuerfreie Dividenden finden könnte. Es steht noch nicht fest, aber es gibt da so ein paar Anhaltspunkte, wo man genau gucken könnte. Und das finden wir häufig dann den Hinweis darauf in den Einladungen zur Hauptversammlung. Hier mal von der Deutschen Telekom für das Geschäftsjahr 2021, die dann im letzten Jahr im April 2022 stattgefunden hat. Wir scrollen hier mal ein bisschen durch und dann finden wir hier einen relativ spannenden Satz. Ich zoome mal etwas weiter rein und jetzt können wir das gut lesen. Die Dividende wird auch im vollen Umfang aus dem steuerlichen Einlagenkonto, darüber hatten wir vorhin gesprochen, ausgezahlt. Und dann steht hier der spannende Satz, bei inländischen Aktionären unterliegt die Dividende nicht der Besteuerung. Hier also in der Einladung zur Hauptversammlung haben wir den Hinweis, die Dividende wird steuerfrei sein. Da wir die Einladung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht haben, können wir das natürlich noch nicht prüfen. Aber wir schauen mal, bei welchen Unternehmen es im letzten Jahr so war. Ich habe da eine Auswahl mitgebracht. Ich sage bewusst Auswahl, das ist nicht vollständig mit ein paar Unternehmen aus den jeweiligen DAX-Indizes. Und wir starten mal hier direkt mit dem DAX selber. Da waren es im letzten Jahr die Deutsche Telekom und Vonovia. Im MDAX unter anderem Vantage Towers, Tech-Immobilien, Telefonica, GEA, Freenet und LEG. Oder LEG Immobilien heißen sie, glaube ich. Im SDAX haben wir Joost, die Deutsche Pfandbriefbank, Dermafarm, Deutz, Jenoptik und Deutsche Wohnen. Das heißt, wir haben da auch so eine gewisse Auswahl. Wir könnten diese Unternehmen natürlich auch in diesem Jahr beobachten, ob die Dividende wieder steuerfrei sein wird. Zwei, drei Sätze noch dazu. Wie gesagt, wir haben gesehen, es handelt sich nur um eine Stundung. Wer jetzt natürlich in die Unternehmen nur sehr kurzfristig investieren möchte, der sollte das dann eher sein lassen. Bis zum Beispiel nicht unbedingt nur wegen der Dividende tun. Denn wir haben gesehen, die Stundung holt einen dann später wieder ein. Für langfristige Investoren finde ich das Ganze sehr, sehr spannend. Eine kleine Ergänzung noch. Bitte nicht Aktien kaufen, nur weil die Dividenden steuerfrei sind. Das macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Ihr solltet dabei auch auf die bekannten Qualitätskriterien achten. Soviel zu meinem Video. Wenn dir das Ganze weitergeholfen hat, freue ich mich, wenn du ein Abo oder ein Like da lässt. Und sage vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.